Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Redrivers Together mit dem Paul hier, dem komischen Wesen hier. Ne, äh, ich... Ach ne, ich wollte gerade sagen... Moooooh... Was denn? Der speichert diese Scheiß-Skills nicht, wenn ich dir nachtscheine. Fick dich, spiel. Ja, du darfst halt nicht nachtscheinen. Ne, generell, wenn ich dich mal verlassen für einen großen Abendweg. Dann muss ich immer wieder neu spinnen. Scheiße. Das ist ziemlich wahrscheinlich, dass wir es heute durchspielen, weil... Man hat ja im Ladescreen immer diese Map und so. Also diese Art Map von den ganzen Missionen. Spoiler mich mal nicht hier. Ich spoilere dich doch gar nicht. Doch. Ich sag noch was über die Spiellänge. Er hat's mich schon durchgespielt. Ja, ich hab's schon vorher durchgespielt. Darum fällen wir auch so hart und so. Ja, aber du hast es ja wieder vergessen mit deinem Alzheimer. Meister? Oh, die Schnauze. Komm, hier. Boah, was? Ich kann immer noch was skillen, man. Ja, hier, okay, das. Und... Was ist das hier? Damage? Was weiß ich. Ja, komm. So, bin ich jetzt fertig? Except, bitte. Ja, ich spiel übrigens für die Leute, die es interessiert. Also für dich, den einen Typen. Wenn es dich überhaupt interessiert, ich spiel wieder ohne Controller. Wie so ohne? Weil... Ja, weil ich da zu wenig... Zu wenig Knöpfe drauf war, aber auf dem Controller. Fuck, wir... Wir sind viel zu weit. Äh... Dings, ne? Viel zu weit hinten, glaube ich. Äh... Wir sind wieder schon... Doch, hier sind wir da schon mal weg. Ja, wir sind ja wieder zurück, jetzt. Wir müssen ja wieder zurückfahren. Wo bist du hin? Na ja, ich glaub wir müssen jetzt zurück. Ja, genau. Control Panel. Übrigens ist mein... Meine Schokolade komplett geschmolzen. Hammer, geil. Das heißt, ich erst jetzt... Soll ich aus so Frame-Inbrüchen? Äh... Nee, es geht... Papapapapapapapa. Ich weiß nicht, dass ich hier mal mehr Frames haben. Schu-st mal auf die Grafik. Oh, wo kommen wir denn hin? Woah... Oh ne, Laser, wie konnte man die nochmal ausweichen? Die gehörn doch schon an uns, glaub' oder? Mh, mh. Doch. Das sind doch Laser, die du nicht einnehmen kannst. Oh doch, kannst du. Mh, bong, bong. Aber wir müssen wieder zurück hier. Sonst werden wir... Frau, sonst werden wir am Anfang gespawnt, der Arena. Nicht am Ende. Ja, stimmt. Wui, 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 wui. Loll. Ich weiß alles besser. Ich bin gleich tot. Der Beste, der Beste, der ist gleich tot. Da ist immer noch Backbirds 15. Scheiße, das stimmt ja. Nein, das hab ich mir so in den Chat geschrieben. Fuck. Oh mein Gott. Loll, ich sehe das gar nicht. Ja, ich hab's auch aufgebrochen. Also ich hab's nicht direkt in den Chat geschrieben. Ich will aber sehen, was du geschrieben hast. Tata. Tata, Titten. Ja, Titten. 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 Ich hab voll vergessen, wie ich gemacht. Ich komm ich ja hier von Tata auf Titten. Wo bist du denn das hin, Paul? Komm doch mal hier rüber. Weiß ich nicht. Ich krieg die Störung nicht mehr. Ach ja, stimmt. So macht man hier hier. Oh mein Gott, ey. Spiegel und zahle es. Brrrrrr. Yay. Die Grafiken sieht wenigstens ein bisschen retro aus hier. Hm? Bist du da durchgeflogen? Oder war ich das? Weiß ich nicht. Ich hab dich gar nicht gesehen bei mir. Du warst es doch. Neein. Doch, du warst es. Neein. Gib's zu. Ja. Ich hab das Gefühl, ich muss die Voices ein bisschen höher machen. Ich war die geile Klappmucke hier. Klappmucke? Klappmucke, Alter. Da kriegt man einen Klappmucke auf den Arsch. Klappmucke. Klappmucke. Wenn du in der Klappmucke bist, hörst du die Musik die ganze Zeit. Warum fliegst du eigentlich einmal weiter? Es sind laut vier Gegner. Ich schieße hier hinter dir ab. Ach so. Sehr gut. Teamwork. Ja. Oh Leute. Du wirst von einem riesigen Klo verfolgt. Hä? Oh ne. War doch kein Klo. Sorry. Das war irgendwas anderes. Komm, stirb, Alter. Voll die Klo-Ninjas, oder? Ich würde das später beruflich machen, übrigens. Dem Beruf Klo-Ninja. Was? Was? Klo-Putzer? Klo-Ninja. Klo-Putzer gibst du. Nein, Ninja. Gib mir meine. Leute, geh rein. Ey, wo willst du hin, Paul? Wir gehen jetzt lang. Ich guck mal einen. Ach, weißt du was ich? Was? So. Und du gehst immer weiter und dann nicht da an, wo wir sollen. Brrrr. Äh, wir können auch nicht da an, wo wir sollen. Nein. Ja wohl, das war grün. Wie macht man dann nochmal seine Dings hier? Seine Richtungsanweisung? Mit N, oder? Nein. Mit Ä. Ach scheiße, den Buchstaben. Scheiße, den gibt's ja auch auf der Tastatur. Natürlich gibt's den Buchstaben. Äh, auf der Tastatur. Aber N funktioniert offenbar nicht bei dir auch nicht, oder? Äh! Schnauze. Doch, äh, geht bei mir. Deswegen weiß ich, dass wir hier durchmüssen. Dann, wo geht das denn der und so. Hier immer noch Spaß. Mal, mal schieß ich total schnell und dann total langsam. Das Spiel trisst so viel Ressourcen für so eine beschissene Grafik. Ja, das ist halt richtig gelb. Was auch auf der Programm, äh, der hier, der Programmierer guckt ihm zu und das gleich dann in die Video. Ah, der kann auch Deutsch. Boah. Dann lernt ihr dafür Deutsch? Eindeutig. Oh mein Gott. Der flinkt ja bestimmt genug mit dem Spiel, damit er sich so einen Sprachguss... Äh, Paul, bist du? Vorgeflogen. Ja, sag mal, dass du mir das auch sagst. Auch, weißt du. YOLO, wa? Du bist alt genug, um sowas selber zu merken. Nee. Juuu. Ich bin fast zwölf. Wow. Zwölfzehn. Ich bin tot. Ich hab's überlebt. Lass mich hier durch. Ich bin weitergekommen. Alter, sind da viele Monster. Ich glaube, ich bin dir gespawnt. Ich weiß. Ich glaube, ich sterbe. Oh nein. Oh Gott. Daraufhin. Oreo-Keks. Milka. Ich warte die anderen eingehen auf dich. Loll. Wuuu. 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 Ah, ich kann upgraden. Wuuu. Ich auch. Also ich hab schon. Wuuu. 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 Hier sind wieder diese Fliege-Titten. Wuuu. 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 Blöd. Ich sterbe gerade. Oh. Fuck. Okay. Oh, fuck. Ich geh halt denn auch gar schmutzhauben. Was ist hier los? Hm. Wir sind Action, sagst du. Oha. Oh. Wo? Wir kämpfen die Monster. Zu zweit schaffen wir das. Okay. Ich heil dir den Rücken frei. Ja komm. Wir geheln weiter. Peingl. Irgendwie, wohne... Zum Eciny Direkt die woanders lang? Wo? Wow, wua! Wilderrafter, Ext Katherine. Home. Äienza sein. Ich hab Hunger bist du mit dem komischen Tube hier. Wo ist denn zum Teufel, wo ist denn mein G? Moooooooo Bist doch kackjes Du bist kacke Paul Zieh mir was was ich noch nicht weiß ey Was ist denn jetzt los? Na du bist kacke Das ist schön Ich dachte zwar eigentlich ich bin Paul aber Dann bin ich halt ab jetzt kacke Unter dir ist so ein Viech gewesen ne? Hier sind ein paar mehr als so ein Viech Boah ist ja alles in Viechern ist ey Ja und ich hab schon ganz viel getötet Sicher dass wir hier lang müssen? Alter ich werd von diesen Shrubble Titten hier angegriffen Angriff der Shrubble Titten Oh Äh ja Oh mein Gott Müssen wir überhaupt lang hier? Weiß ich nicht Weil das ist ne Schwierigkeitsgrad so hoch für uns hier Nee ich lebe noch die ganze Zeit Na du Bist ja rum Pro Nö Dann bist du Hier kämpst du also Ja Dann ist für nicht hier irgendwie Ja immer Die Gerose machen oder? Leute der war da komischer Geist oder so Der ist immer noch hinter hier was das ist unsichtbar, aber die, die botieren sich hier rum siehst du das? ja, ich weiß gegen die haben wir schon mal gekämpft, ne? echt? ne, noch nie doch, der letzte Endgegner konnte sich da auch unsichtbar machen ja, aber der hat nicht, nicht so einen orangene ja, weil, weil ich wahrscheinlich immer gegen die alleine gekämpft hast und du wieder geschlafen hast ah, das könnte sein oh, verrückt jetzt! äh aber wir müssen zusammen bleiben zumal die können doch gar nicht stärker für uns, zu stark für uns sein weil, ich glaub nicht, dass unser Schaden mitlevelt, oder? aber wie sick denn? ich glaub, das Game ist ein bisschen unfertig ein bisschen unfertig, ja, dann kann das gut sein lass mal die, weil ich wohl lästern und das kriegen wir hier ja gut, stimmt ey äh ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was ich von dem Game halten soll ich kann mich da gar nicht entscheiden ja, irgendwie, also zu Anfang hat's richtig Spaß, genau aber eigentlich ist es nur noch geballert naja, jetzt ist irgendwie... obwohl ich das nicht schlimm finde, nein, ich finde ja, gut ne das war jetzt natürlich noch Fun, aber allein ich würde das nicht spielen ja 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 ey, wir müssen gelangen sagt N irgendwas? N sagt nichts N ist heute nicht dumm ich muss ja auch rad rücken haa sagen wir doch ich hab's gefunden wir müssen wirklich hin lang ach ne HV A schon mal nicht ja das Spiel ist ja wohl so linear lineal das lineal und geolineal was juhu nein jetzt nicht doch warte mal übrigens haben wir ne Nachricht weiß aber nicht mehr wie man die öffnet mit L ja ja E-Mail war ich jetzt leben gewesen was doch schön ja leben ist immer gut aber mir macht Spaß hier zu fliegen zu biegen was für ne Biege ja ich muss auch sagen mit Himmelsschuss an hat das Spiel viel mehr Spaß gemacht ne fand ich nicht so ich schon ich hatte deutlich mehr Spaß bei dem wir bei dem immer noch im ersten Level rumhängen wollen wir uns ständig gegenseitig töten wie war das jetzt nochmal mit dem Minen wie war das nochmal äh äh scannen dann gehen die hoch und ich höre dir mal zu äh diese Schildkrötenvieh ne das ist auf mich sauer ich schieße oft das Vieh weil das also von hinten schieße ich drauf das hat noch ein bisschen Leben ich kann es nur von vorne äh beschießen ich hier aufzuschießen das geht tot wahrscheinlich weil ich es böse angeguckt ey deine Blicke können halt töten wow ja man haben das ist das diese wenn ich es sterbe weil ich wegstgas von dem nein ich bin Beispiel glaube ich ich Cult du plan jetzt geht du mal drauf kommen hier angriff der schwabe titten wo die grad rennen grafik ist schon nicht schlimm muss ich sagen also die partikel die leuchtlichteffekte sind schon da oh alter aber das hier willst du nicht nervt oooooh wir müssen da durch ich will da ne 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 ich komme nicht oh ich sterbe oh also ich hab das sterben überlebt ich auch aber alter übrigens äh ne quatsch das brauche ich hier gar nicht erwähnt oder mit dem Unpacking ne ok dann ein wenig das Unpacking hier nicht ich hab's hast du jetzt gar nicht erwähnt oder so ne überhaupt nicht sehr professionell erst recht von dem Headset oh yeah also praktisch von meinem Headset von dem Xbox Headset war höchstprofessionell einfach fachkundig und ja